Liebe Gastrointeressierte Damen und Herren, die heutige Sendung dreht sich vor allem um die Studie. Es ist eine Analyse zur gesamten Wertschöpfungskette vom Röbel im Boden bis zum Röbel auf dem Teller, Zitat Andreas Krummes. Eine Exklusivstudie über 80 Seiten mit ziemlich viel Zahlenmaterial, Tabellen und Statistiken, die am 1. Swiss Food Service Forum präsentiert worden ist. Exklusive Studie. Welches sind die aktuellen Trends? Wo liegen die Chancen und Perspektiven? Das 1. Swiss Food Service Forum liefert Antworten dazu. Exklusiver Gastronom, Michel Peklar, ein Gastronom mit viel Herzblut und dem Herz auf der Zunge. Exklusives Straßenfest, zu Besuch bei der Vegan Mania, dem größten veganen Straßenfest der Schweiz. Andreas, welche Idee liegt dieser Exklusivstudie zugrunde, nämlich die ganze Wertschöpfungskette in einem Papier darzustellen? Also es ist eigentlich schon in der Frage gestellt. Die Idee dahinter ist, die ganze Wertschöpfungskette abzubilden. In der Vergangenheit gab es Studien aus Handel und Produktion und auch von der Seite vom Gast. Und in der Wertschöpfungskette fehlt halt noch einer und das ist der Gastronom. Und erfolgreich kann das Ganze eigentlich nur sein, wenn die Kette zusammenspielt. Und diese Lücke haben wir eigentlich geschlossen, zusammen mit unseren Partnern, wo verschiedene Kernkompetenzen auf den einzelnen Bereichen haben. Es ist sehr zahlen- und tabellenlastig, es hat sehr viele Analysen. Wer soll das lesen? Wer soll das lesen? Lesen sollen das die, die erfolgreich werden wollen. Man muss das Marktgeschehen beobachten, wenn man erfolgreich werden will. Und die, die erfolgreich sind, die werden das ganz sicher auch lesen. Ich nehme an, es gibt mehrere Erkenntnisse aus dieser Exklusivstudie heraus. Welche sind so die Haupterkenntnisse? Ja, es gibt verschiedene Erkenntnisse in dem großen Umfang der Studie. Was ich eigentlich sehr spannend finde, ist die Kontroverse von der Wahrnehmung der Kommunikation. Der Konsument gewichtet die Kommunikationsträger recht unterschiedlich, als wie der Gastronom meint, dass er sie tun müsste. Und allein da kann man für das eine oder andere als Gastronomieunternehmen raussehen und für sich umsetzen. Wo kann man diese Studie beziehen? Die Studie kann man online bestellen, bei uns auf dem Portal www.sfsforum.ch und kriegt sie online digital zugestellt. Und was kostet die Geschichte? 750 Schweizer Franken. Mit oder ohne Mehrwertsteuer? Nein, die Mehrwertsteuer ist da mit drin. Und die Qualität hat seinen Preis. Und wir reden ja von Unternehmen und unternehmerischer Entwicklung. Und da geht es um Kapital, den man erwirtschaften will. Und da auch. Dankeschön. Bitte. Im Rahmen dieser Studie gab es verschiedene Vorträge. Ein Trendgastronom hat mit seiner Rede einen Nagel eingeschlagen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was hat Sie persönlich am meisten Faszinien? Was ist für Sie ganz persönlich am spannendsten gewesen? Michael Peckler. Einfach die Art und Weise, wie er erzählt hat. Wie er auch den Mut hat, Sachen durchzubrechen. Und der Mut hat, Sachen neu anzugehen. Und so sehr viel Positives ausstrahlt. Das Referat von Michel Peckler hat mir extrem Eindruck gemacht. Echt so den Fokus auf wirklich ganz konsequent etwas umsetzen. Dranbleiben, hartnäckig bleiben. Das ist das, was mir wirklich gepasst hat. Betriebsgewinn minus 5,4%. Jetzt ich unterrichte an der Hotelfachschule Luzern. Ich muss meinen Leuten, die sehr viel Geld investieren in diese Schule. Und wenn sie da rauskommen, machen sie einen Betrieb auf. Und es ist eigentlich schon klar, dass sie Verlust machen. Also etwas Dürferes gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich finde auch diese Negativausrichtung, die wir da in Zahlen haben, an was wir anknöpfen, wie wir an das anknöpfen, völlig falsch. Ich kann ja Buchhaltung nicht neu erfinden. Aber ich kann den Gast studieren. Und ich finde das etwas vom Unglaublich Wichtigen. Wie geht dann der Gast mit uns um? Und was will dann unser Gast? Und wohin geht dann dieser Gast? Wir hatten ein Telefon letzten August von einer Familie, Hotel Tschucken, ob wir diesen Alpenbrick übernehmen würden. Für mich eine Spielwiese. Mega cool. Oder endlich mal etwas in den Bergen. Ich habe sowieso das Gefühl, in diesen Bergen, was wollen diese Gäste? Sie haben gesagt, es ist ein Fünf-Stern-Hotel. Sie haben diesen Alpenblick gekauft. Sie können das nicht. Auch absolut okay. Wir sollen da irgendetwas Gestörtes machen und so richtig verrückt. Jetzt nochmals. Wenn wir überlegen, was will ich dann in diesen Bergen? Was will unser Gast nicht ich? Wohin geht er? Wieso gehen Deutsche, Ausländer? Wieso geht man nach Arosa? Wo sind dann die Begründungen? Man will Bauer sehen. Man will dorthin gehen, wo ein Feuer brennt. Man will, wieso stehen Kühe, Gänse, all das Zeug, oder? Wir sind ein Land von Kühen. Und wenn der Chinese die Kühe sehen will, dann soll er sie doch sehen. Wir haben einen Grill aufgestellt und auf die Speisekarte geschrieben, hey, Sie müssen selbst grillieren. Jetzt sagen Sie das mal einem Küchenchef. Ich will zeigen, der kann doch nicht. Unmöglich. Und das kommt so gut an. Diese Gäste kommen und finden das mega, dass sie selbst grillieren können. Also ich könnte sogar für die Wurst wahrscheinlich mehr verlangen, als wenn sie grilliert ist. Nur, dass sie sie selbst machen können. Diese Problematik, wo man einfach davon ausgibt, Warenaufwand, 33% Personal, so und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, man muss Welten bringen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich würde gerne in meinem Restaurant dort oben irgendwie 200 Hühner haben, weil 200, 100 wären vom Fuchs gefressen, dann haben wir noch 100, oder? Das war dann so die Überlegung grundsätzlich. Und dann kamen die Bauern, und das ist ja das Verrückte, oder? Kamen die Bauern, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Entschuldigung, ich kann doch jetzt einfach da Hühner herumrehen lassen, ein bisschen Körner, und am Morgen kann ich mit den Kindern die Eier holen. Eigentlich das, was vorher erzählt wurde. Jetzt sagt aber der Bauer, nein, wieso? Was ist die Begründung? Wenn irgendein Gast, und das finde ich so faszinierend, wenn irgendein Gast dem Huhn ein Pommes frites gibt, dann wird das zu traurig. Ja, und jetzt? Ja, aber das Huhn ist nachher am Bein. Mega! Ich meine, haben Sie schon mal ein Huhn am Bein gehabt? Noch nie. Würden Sie es fotografieren? Sicher wäre es auf jedem Facebook. 100 Millionen. Ja, aber das geht noch weiter. Dieses Huhn wird auf den Tisch fliegen. Noch mega, oder? Hey! Viele von Ihnen haben Restaurants, die sind bedient, die haben eben diese Personalkosten, diese Warenkosten, diese Betriebskosten, und ich studiere mir massivst, was machen dann andere. Sie haben sich sicher auch schon mal überlegt, wieso, wieso reklamiert ein Gast, wenn bei Ihnen ein Menü, das fünf oder sechs Geld mehr hat, 80 Stutz kostet, wieso reklamiert er? Und der genau gleiche geht am nächsten Tag mit Jeans, mit seiner Freundin, so zwischendurch, an eine Sushi-Bar, nimmt ein Teller, zwei Teller, drei Teller, fünf Teller, sieben Teller, zahlt 100 Stutz und das ist völlig egal. Haben Sie schon jemals jemand gehört, der reklamiert, wenn er an eine Sushi-Bar geht? Wieso jetzt nicht ein Cocktail zum Essen? Weil wir, wir, wir das und oben gelernt haben, dass man das nicht macht. Ist ja voll doof eigentlich, oder? Ich weiß, ich bin, glaube ich, einer der schwierigsten Lieferanten, oder Kunden, die es überhaupt gibt, aber für mich ist es eigentlich wichtig, es hat ja sehr viele Zulieferer hier, dass es eine Zusammenarbeit ist, dass ich streiten kann, dass wir zusammen eine Idee entwickeln, dass sie mich unterstützen. Also wir haben in unseren ganzen Betrieben, haben wir, glaube ich, einen Metzger, aber wenn dann ein Küchenchef nicht zufrieden ist mit dem, dann darf er auch weg, ich lasse uns auch nicht kaufen, wir haben nirgends Verpflichtung, nicht mal bei Bier, überhaupt nirgends, wir könnten sofort wieder, das will ich nicht, oder? Es wurde ja am Anfang auch gesagt, immer günstiger einkaufen, das ist doch alles Blödsinn. Weil das merkt der Gast. Also wir schauen eigentlich immer, dass wenn wir günstige Betriebe haben, dass wir teuer, dass wir einfach das beste Produkt haben. Wir haben unseren eigenen Fischer, wir zahlen dem 25 Kilo, auf das Kilo Fälchenfilet. Bianchi würde mir dasselbe vom Genfersee für 5, 10 Franken geben. Für diese Tonne, die wir da rauslassen, ist das viel Geld. Aber der Gast, der akzeptiert das, da bin ich so, und er merkt das auch. Für mich als Gastronom, ich glaube, es ist so wichtig, dass man den Gast nicht vergisst, und wohin das die Reise geht. Und was will er? Ja, ich gebe seit 20 Jahren Schule in Luzern. Ja, man muss ja auch ein bisschen etwas aufmischen, oder? Also ich denke, das ist ja total auf, wenn ich eben jetzt im Verwaltungsrat komme, von wo ich Engelberg-Titlis mit den verschiedenen Gross-Lieferanten zu tun habe, die zum Teil da sind, und einfach finde, hey, nehmen wir dir mal den Finger raus und machen da mal etwas Neues, weil, ja, man kann nicht immer klagen. Also der Herr Angern ist vorher auch gekommen, der hat gesagt, weisst du bist eigentlich einer von den Einzigen, der nicht immer nur klagt, sondern es ist eigentlich, komm und machen da etwas. Und das ist halt so ein bisschen, ja, mein Lebensmotto auch. Eine weitere spannende Person, die die Branche mit ihrem Vortrag bewegt hat, ist Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler aus Wien. Sie gehört zu der renommiertesten Food-Trend-Forscherin überhaupt. Ein Auszug aus ihrem Vortrag möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Was sind denn Trends? Im Food-Bereich hat man den Eindruck, das geht so schnell, es hat sich so rasant entwickelt. Ich selber zähle im Moment über 30 Food-Trends und denke mir, das kann es jetzt nicht sein. Ich muss sie wieder bündeln, ich muss sie sozusagen wieder fokussieren. Da verliert man ganz schnell den Überblick. Aber die Komplexität nimmt zu. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Deswegen ganz wichtig. Nicht jede Entwicklung ist ein Trend. Man kann nicht alles, was neu ist, als Trend definieren und nachmachen und damit Geld machen. So funktioniert es nicht. Ein Trend ist in meiner Definition und ich erlebe diese Definition als sehr hilfreich. Ein Trend ist immer eine Antwort auf eine aktuelle Herausforderung, auf eine Sehnsucht. Und wenn Sie mit der Brille auf Entwicklungen schauen, können Sie viel leichter Moden von Trends unterscheiden. Und Sie können es auch verstehen und damit leichter arbeiten. Und wir kommen aus dem alten Paradigma schneller, billiger, mehr. Das hat uns sozusagen zum spätindustriellen Zeitalter geführt und weil es uns so gut geht, suchen wir im Moment wirklich neue Geschichten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in Mitteleuropa weiterhin mehr Fleisch essen werden. Ich glaube, wir haben Pikmit erreicht und weltweit haben wir sehr unterschiedliche Tempi. Also immer, wenn ich solche Grafiken sehe, fange ich an zu grübeln und denke mir, ist es wirklich so? Haben wir das nicht schon hinter uns gelassen? Weil es ist keine Freude mehr einkaufen zu gehen. Wenn Sie so einkaufen, dann geht es nur mehr um den Preis. Ganz schwierig hier, Qualitätsunterschiede zu kommunizieren. Vegan, ein Riesenthema. Ist das unsere Zukunft, dass wir so tun, als ob, dass wir unser Ernährungsverhalten nicht ändern und alles daraus adoptieren? Sind wir dann die besseren Menschen? Ist das die Zukunft? Wie sieht es aus? Werden wir sozusagen unser ganzes Verständnis ändern? In unserem Kulturraum, wo sozusagen auch Bio entstanden ist, ist es doch gut immer natürlich. Ist es das noch? Kommt da vielleicht eine ganz andere Generation nach? Insekten. Könnte man lange ausholen. In unserem Kulturraum natürlich eigentlich ein Tabu. Wobei, die Radfahrer unter Ihnen haben schon eine große Menge gegessen. Aber im Prinzip, wir sind uns bewusst, dass das natürlich hocheffizient ist. Da sind wir wieder bei der Effizienz. Wahnsinnig wenig Futter, wahnsinnig wenige Platz brauchen ganz kurze Zeit ein riesiges Potenzial. Die, die mich kennen, wissen, dass ich das Thema ungern auslasse. In vitro. Wissen Sie, was in vitro ist? Schon faszinierend. Sie beziehen Muskelzellen aus einem lebenden Rind, per Biopsie, und züchten diese Muskelzellen in eine Art Petrischale. Drei Monate später sieht es dann ungefähr so aus, wobei das eingefärbt ist mit roten Rübensaft, weil es, der Petrischale hat ja kein Blut, also das ist der Farbstoff von der roten Rübe. Tja, und so sieht es dann aus, angebraten. Das war der teuerste Biss meines Lebens. Ich glaube, ich werde ihn nicht mehr toppen können. Wir reden im Moment noch über 100.000 Euro für den Biss, nicht für das ganze Patty. Vorschau. Haben sie das verdaut? Sie können Fleisch essen von einem Tier, das noch lebt. Das heißt, eigentlich braucht man nur mehr einen kleinen Zoo. Also die real-digitale Welt, in der wir leben, ist dabei, die ganze Funktionsweise, wie wir uns organisieren, wie wir denken, wie wir an Information kommen, auf den Kopf zu stellen. In einem Tempo. Wir sind uns langsam bewusst, dass dem so ist. Nur ich habe den Eindruck, dass dieser Trend aktuell kurzfristig überschätzt wird, aber langfristig unterschätzt. Weil es verändern sich die Machtverhältnisse so nachhaltig, dass wir immer mehr in Netzwerken agieren und denken. Und deswegen begrüße ich sozusagen die Tagung heute, auch besonders, weil es ganz wichtig ist, dass man gemeinsam diskutiert, wie man gewissen Themen umgeht, dass man Netzwerke hat, dass man im Netz viel variabler agieren kann. Wer hätte gedacht, dass das Essen so mächtig wird? Und damit bin ich beim ersten Foodtrend. Ich habe es genannt, Infinite Food. Dass wir rund um die Uhr essen können, das wissen wir. Das haben wir ja schon vor vielen Jahrzehnten gelernt. 24 Stunden am Tag. Nur was jetzt passiert ist, dass das Essen sich vollkommen emanzipiert. Dass das so spannend ist. Das Essen hat die Mode abgelöst. Das Essen ist ausdrucksreicher als das, was wir anhaben. Man kann durch Essen sehr schön kommunizieren, wer man isst oder wer man nicht isst. Das Spannende ist, dass auch das edle, gute Essen, wo man früher gesagt hat, das geht nicht mobil, langsam mobil wird. Also Essen auf vielen Ebenen ist in Bewegung. Die Frage ist, wie können Sie Ihre Gerichte, Ihre Eigenheiten nützen, um das noch stärker zu thematisieren? Okay, was nehme ich Ihnen mit als zweiten Trend? Vier habe ich und ich habe Ihnen einen mitgebracht, den wir alle seit Jahrzehnten kennen, der, hm, und wir denken, eigentlich sind wir schon durch. Local Food, regionale Produkte. Der hat natürlich damit zu tun, dass die Globalisierung noch immer rasant zunimmt. Dessen sind wir uns bewusst. Und der klassische Gegentrend ist der Fokus auf das Regionale. Aber auch hier, der Trend bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Wenn Sie dieses Thema vom Regionalitätsspiel wollen, dann müssen Sie es weiterentwickeln. nur zu sagen, Schweizer Fleisch, Schweizer Gemüse ist zu wenig. Wir müssen hier diese Geschichten neu erzählen. Und vielleicht können wir uns da vereinzelt auch inspirieren lassen von neuen Qualitäten. Und damit komme ich zum dritten Foodtrend, Spiritual Foods. Ich habe den gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass sich im Moment dieses Thema ganz stark spürbar wird. Natürlich, Kulinarik, Gesundheit, Nachhaltigkeit sind Themen Must-Have. Da könnte man ein anderes Mal länger drüber reden. Aber ich glaube, was noch sehr herausfordernd ist, ist diese spirituelle Aufladung. Das kann man festmachen an den Veganern. Wenn die Debatten in diese Richtung gehen, dann heißt das, hier so ein kleiner Religionskrieg passiert. Dass wir wirklich versuchen, im Lebensmittelüberfluss wieder herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht. Was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube nicht, dass wir alle Veganer werden. Ich glaube nicht, dass es Mainstream wird. Aber hier entstehen ganz neue Geschmackswelten, die sich mit der Gesundheitswelt verbinden und hier werden sozusagen ganz neue Produktebenen sichtbar und da wird es auch neue Produkthypes geben. Und damit bin ich beim letzten Foodtrend. Soft Health. Ich habe schon gesagt, Gesundheit ist ein Thema, ist ein Megatrend. Wir können die Gesundheit nicht delegieren. Für viele ein Stressor. Wie gehe ich damit um? Man will mit gutem Gewissen genießen und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben nämlich gelernt, dass wir eigentlich nicht verzichten wollen, sondern wir wollen eigentlich Lösungen. Auch hier. Soft Health heißt nicht, noch mehr potenzielle kritische Inhaltsstoffe weglassen, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Lösungen finden. Und Lösungen heisst, wir haben gelernt zu lesen. Wir wissen, dass mehr Gemüse, Obstsalat gesund ist. Und wir lesen solche Lösungen. Und deswegen boomen im Moment ganz viele Gerichte, Mahlzeiten, die automatisch als gesund wahrgenommen werden. Wir verlassen für einen kurzen Augenblick das erste Swiss Food Service Forum und gehen nach Aarau. Bereits zum fünften Mal ist Vegan Mania durchgeführt worden. Eine Veranstaltung rund um vegane Produkte, wobei nicht nur das Kulinarische im Vordergrund gestanden ist. Mit über 80 Stunden ist Vegan Mania das grösste vegane Strassenfest der Schweiz. Bei diesem Food-Angebot macht jedes Veganer Herz Luft Sprünge. Vom Burger bis zum Kebab bis hin zum asiatischen Nudelgericht. Selbstverständlich alles ganz ohne Fleisch. An der Vegan Mania werden sämtliche kulinarischen Gelüste gestillt. Das Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf Essbares. Veganer sind nicht spezifisch eine Gruppierung, die nur ein Interesse hat. Veganer Salsa tanzen, sie machen sich gerne Tattoos oder sie kochen. Und somit wollen wir einfach alles zeigen, was möglich ist. Ein Strassenfest für jedermann, der nicht nur Veganer sind und fühlen sich angesprochen. Ich denke, es ist auch wichtig, nicht immer nur Fleisch zu essen, sondern auch andere Varianten zu haben. Sie haben mittlerweile mega feine Rezepte, die auch gesund sind. Die Vielfältigkeit, mal etwas Neues zu sehen, interessant. Wir sind noch nie an so einem Veganerfest und schauen, wie das läuft. ein bisschen tiefer in die Mette kam. Vor allem neue Produkte probieren, weil man online nur bestellen kann und weiss nicht, wie es riecht. Die Vielfalt, auch zu essen. Es gibt extrem viele verschiedene Sachen. Es ist wie alles vertreten. Kleider, Essen und Körperpflege und alles, was sich braucht. Nur mit veganen Foodständen alleine lässt sich der große Zulauf wohl kaum erklären. 5000 Besucher pilgern nach Aarau, die das Straßenfest hautnah erleben wollen. Wortwörtlich, denn der große Renner sind Tattoos, ausschliesslich mit veganen Produkten. Bei Tattoos ist es schon so, dass es oft Shell-Lack drin hat. Das sind Läuse, oder? Oder es wird von Läuse gewonnen, der Shell-Lack. Und somit ist Tattoo eigentlich noch nicht vegan. Und wir haben vegane Tattoo-Artisten auf dem Platz, die den Stoff nicht in ihren Farben haben. Wir schauen bei den Farben, dass die von Hersteller sind, die klar zertifizieren, dass die vegan sind. Bei anderen Sachen, sogar beim Klebbahn, schauen wir, dass der Klebstoff vegan ist. Und das zieht sich dann durch alles, was wir im Studio brauchen. Die Tattoos werden gegen eine freie Spende gestochen. Beliebtes Sujet, das Swissvec-Logo. Swissvec ist die Organisatorin des Anlasses. Eine Organisation, die sich der Anliegen der Veganer und Vegetarier in der Schweiz annimmt. Bis weil dort die Platzverhältnisse nicht mehr ausreichen, wählen die Organisatoren Aarau als neuen Austragungsort. Eine neue und zusätzliche Herausforderung für die lokale Gastronomie. Denn vegan ist mehr als nur ein Trend. Die Lokal Gastronomie ist natürlich je länger je mehr gefordert, weil Leute auch in Aarau vegan leben und das auch nachfragen. Gerade mit so einem Fest, das haben wir auch im Winter durch gesehen, verändert mich mit dem Angebot. Es gibt mehr vegane Speisen, sie deklarieren es besser. Und das freut uns natürlich, dass wir so etwas bewegen können. In den nächsten sechs Minuten unterhalten sich Andreas Krummes im Experten-Talk mit Vertretern aus der Branche über das erste Swiss Food Service Forum. Und bei mir der Stefan Mühlermann. aus Frauenfeld vom Brauhaus Geschäftsführer und der Dejan Savic vom Marina Lachen am schönen Zürichsee. Das erste Swiss Food Service Forum ist vorbei. Was ist so Ihr Eindruck von dem Anlass? Ich habe es einen guten Anlass gefunden, mal etwas Neues, vor allem auf Schweizerisch. Man kennt es ja in Deutschland schon mit den grossen Messen. und ich denke, es ist gut gewesen, auch die Mischung von Gastronomie und von Zulieferern. Ich denke, es ist ein Thema, das uns alle beschäftigen. Ich glaube, es kann uns eine Plattform bieten, die wir gemeinsam in Zukunft starten können, weil durch die Digitalisierung, durch das Änderen vom Konsumverhalten wird sich wie es aussieht ziemlich viel verändern in den nächsten Jahren. Herr Mühlemann, wenn Sie zu den Anlass Revue passieren lassen, gab es neue Erkenntnisse oder hauptsächlich nur Bestätigung für Sie? Neue Erkenntnisse würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber was mir eindeutig aufgezeigt worden ist, dass man ein Konzept hat und man das wirklich authentisch durchziehen soll. Man hat es ja gesehen, zwei verschiedene Beispiele. Traditionsreiche Familien seit mehreren Jahrzehnten und danach ein neuer Gastronom, der eigentlich ganz andere Auftritte und andere Ideen hat. Aber beide sind eigentlich sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man heute gehört hat, dass man das, was man macht, wirklich mit Herzblut macht und vor allem eben auch wieder schaut, was gibt es dazu. Schlussendlich ist es wie beim Fischen, der Wurm muss nicht am Fischen schmücken, sondern eben am Fischen. Was das Herzblut in der Gastronomie betrifft, da nur mit Stefan Mühlemann teilen, das ist enorm wichtig und mit einer klaren Konzeption, dass man an den Start geht und auch die richtigen Leute natürlich mit an Bord hat. Wir haben heute viel darüber gesprochen, über die gesamte Wertschöpfungskette. Mein Lieblingssatz ist immer vom Rüppli auf dem Boden bis zum Rüppli auf dem Teller. Was tun Sie bei sich, dass viele Rüppli auf dem Teller gegessen werden? Wir haben verschiedene Konzepte in unserem Haus, also vom kleinen, feinen Asiat über die breite Italiener mit Pizza, Pasta und Steakhouse, wo vor allem vom Grill, Fleisch und Seafood interessant ist. Dort im Bereich Fleisch versuchen wir natürlich das gesamthafte Tier auch zu sehen. Wir haben auch dieses Jahr einen Grillkurs gemacht, wo wir From Nose to Tail als Thema hatten und sehr viel mit Second Cuts gespielt haben. Es war sehr interessant, wie sich die Leute, also der Gast, der Kunde, der Konsument mit diesen Sachen immer mehr anfangen auseinanderzusetzen. Wir waren ja heute in der ganzen Wertschöpfungskette, es gab viele Zulieferanten aus Produktion und Handel. Aus Unternehmersicht Gastronomie, gibt es etwas, wo Sie sagen, das würden wir uns wünschen in Zukunft von der Zulieferindustrie? Ich glaube, die Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Das sind alle Unterdrücke, also nicht nur der Gastronom, auch der Zulieferer. Auch das hat man heute eigentlich klar gesehen. Ich glaube, es hat auch zukünftig geht es darum, zu sagen, es ist eine effektive Partnerschaft, was nicht heisst, dass man dann immer miteinander zusammen ist, also man das regelmässig auch überprüfen, aber dass man miteinander auch das Vertrauen schenken kann, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Schlussendlich, wenn es bienen gut geht, haben wir nur Gewinner. Das ist das, was manchmal schade ist, lieber stirbt man, wenn der andere auch stirbt, anders, dass man unterstützt, dass die beiden überleben können. Das ist noch eine gute Aussage. Am Zürichsee etwas weg von der Hauptstadt, schwieriger für die Lieferanten, sie zu beliefern im richtigen Rhythmus. Gibt es bei Ihnen Wünsche, wo Sie sagen, das wäre noch so ein Schritt, wo die richtige Richtung wäre von der Zulieferindustrie? Wir sind sehr auf der partnerschaftlichen Linie, schon seit Jahren. Wir versuchen sehr zu kanalisieren, auf wenige Zulieferer, weniger Zulieferer zu setzen, manchmal auch wirklich mehr, weil da kann man die Partnerschaft auch vertiefen. Es bringt auf beiden Seiten etwas, weil man ist auch bereit, von der anderen Seite her einmal an Kompromisse zu gehen, wenn es für uns nötig ist. Wir spüren die Bereitschaft definitiv. Herr Mühlmann, Sie sind heute erfolgreicher Unternehmer. Wenn Sie jetzt die Dinge hören, die heute besprochen worden sind, wo sehen Sie Gastronomie oder speziell Ihren Betrieb in zehn Jahren? Das ist immer ein Thema, das wir auch immer diskutieren, wo sind wir in fünf oder zehn Jahren? Wenn ich das heute wieder höre, bestätigt es mir eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir produzieren ja selber Bier, also regional, wir sind nicht überregional, die Leute kommen jetzt eigentlich nur bei uns im Restaurant. über das Vegetarische ist ein Thema, das wir auch immer angeschaut haben. Wir haben auch heute gehört, dass gewisse Leadprodukte immer noch gegessen werden und das ist bei uns halt mit einem Bier zusammen, einem Burger, einem Schnitzel, Pommes frites, wo alle sagen, das ist eigentlich nicht gesund. Und darum denke, ich werde mir auf diesen Weg weitergehen, wie wir jetzt eingeschlagen haben. Was aber sicher ein Thema ist bei uns, ist der ganze Bereich Alkohol, das hat man heute auch klar gesehen, ist rückläufig und da haben wir natürlich auch Einflüsse, die vom Gesetzgeber herkommt, nicht mehr erfreulich sind und da werden wir sicher auch Innovationen machen in den nächsten Jahren, damit wir nicht irgendwann plötzlich in der Sankhine verschwinden. Also wird es wahrscheinlich jetzt in Frauenfeld einige grosse Bierfeste geben, dass auch der Bierabsatz bei euch im Betrieb stimmt. Ich danke euch vielmals für das gute Gespräch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Danke vielmals. Und was nehmen eigentlich die einzelnen Vertreter aus der Branche aus dem ersten Swiss Food Service Forum mit, denn es sind immerhin 220 Branchenkenner am Seminar mit dabei gewesen. Was nehmen Sie persönlich als Unternehmer mit? Sicher die ganzen Trends, also den rechten Teil Bestätigungen von den Anstrengungen, wo wir ja schon dran sind und vielleicht aber auch noch zusätzliche Energie, zum wirklich dort Gas geben, wo wir sehen, dass eigentlich etwas für den Gast draus schaut. Für unsere Entreprise aujourd'hui on sait qu'on a du business a aller chercher en food service. On le sentet déjà, mais là on en est vraiment convaincu après une journée comme celle-ci. «Ich glaube, wir sind recht vorbereitet, eingebildeterweise zu sagen, auf Zukunft, weil eben, also sehr viele Sachen, die ich jetzt erstaunlich gefunden habe, dass man das als Megatrends angeschaut hat und Trends und weiss nicht was, das ist bei uns Tagesgeschäft, weil es geht gar nicht mehr anders. Also ich finde das jetzt eigentlich noch erstaunlich, dass man eben in dem Grosshandel Regionalität noch als Vordergrund springt, weil, wo ich das, vergisse, das musst du gar nicht mehr probieren, oder? Es nimmt sicher mit, dass mir eigentlich persönlich der Punkt sehr gut gefallen hat, nicht jeder Trend wird dann auch enttrennt, also man muss so ein bisschen schauen, in welche Richtung geht das, was entwickelt sich wirklich daraus, das werde ich sicher mitnehmen, ist auch für uns dann auch immer spannend, als Hersteller, in welche Richtung kann man da gehen. Was nehmen Sie persönlich mit, was hat Ihnen persönlich sehr gut gefallen? Ich glaube, es sind immer so ein bisschen kleinen Ausblick, wie dass unsere Kollegen und Branchen-Spezialisten arbeiten, wirklich die Referate von Praktikern, wie das sie arbeiten, wie sie umsetzen, wie sie denken, und das ist schon sehr, sehr interessant, und ich glaube, das ist mitunter, nebst an den Gesprächen, wo man hat, schon etwas von dem interessantesten. Mitnehme und ich sicher, dass wir genau diese Themen, diese Trendthemen, den jungen Leuten, die bei uns eben an der Schule studieren, dass wir diese Themen viel, viel tiefer vermitteln müssen. Vom heutigen Anlass nehme ich einige Ansätze mit, die wichtig sind, das heißt, dass man mit unseren Kunden und mit den Detailhändlern auch und mit den Gastronomen gemeinsam zusammenarbeiten muss, um die neuen Trends auch zu verstehen, um diese auch zu bewältigen und mit ihnen zu arbeiten. Und ich finde es sehr interessant, dass wir es immer positiv weiterentwickeln muss, nicht statisch, sondern sehr dynamisch in der Branche. Und wir nehmen diese Ansätze mit, werden diese verarbeiten und dann dementsprechend auch Antworten geben. Was ich persönlich aus dem ersten Swiss Food Service Forum mitnehme, ist noch eine grössere Wertschätzung gegenüber allen Beteiligten, die mit viel Herzblut dafür sorgen, dass es mir als Kunden und Konsument noch besser geht. Mit eben so viel Herzblut wie Sie steigen wir in die letzte Sendung vor der Sommerpause, die am 19. Juli ausgestrahlt wird. Ich freue mich, auf Wiedersehen miteinander. Untertitelung im Auftrag des ZDF,